Sammeln ist eine Leidenschaft. Wir sammeln Schätze, Träume und sogar Freunde. Jeder sammelt das, was ihm besonders viel wert ist, egal wo er es findet. Warum nicht auch da, wo wir täglich sind, aber es nicht erwarten? Wir nutzen die Sammelleidenschaft der Menschen. Wir aktivieren Kundenloyalität mit Werten, die man auf den ersten Blick erkennt und einschätzen kann, die ein Grund sind, stehen zu bleiben, sich zu freuen und immer wieder zu kommen. Willkommen bei Ventum. Wir entwickeln Konzepte für jedes Ziel und jede Wettbewerbssituation. Von der ersten Idee über die Konzeption, Umsetzung und Logistik bis zum letzten Handgriff. Mit einem Portfolio, das flexibel agieren lässt. Premium-Marken auch abseits von Haushaltswaren. Dabei setzen wir ausschließlich auf Programme, die erfolgreich getestet sind. Das tun wir seit dem ersten Tag. 2007 in Hamburg gegründet, schlägt das Herz der Ventum GmbH mehr denn je im Takt der Handel statt. Und es sind hanseatische Tugenden, nach denen wir handeln. Verantwortung, Fairness und Zuverlässigkeit. Und genau die richtige Portion Pragmatismus, die ein gutes Geschäft erst effizient macht. Das sind Werte, die Sie von Anfang an spüren können. In Hamburg genauso wie in unseren internationalen Märkten. Vielleicht sind das auch die Gründe, warum die Ventum GmbH das branchenweit am schnellsten wachsende Unternehmen ist. Und warum unser dynamisches Team für immer mehr Handelsunternehmen ein unverzichtbarer Ansprechpartner ist. Für Sammelaktionen mit Wert.